Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserer YouTuber Inselbewerbung Part 2. Wir werden euch ein paar weitere Gründe sagen, warum wir gerne auf die Insel wollen und was wir alles gut können. Julia will wahrscheinlich auch auf die Insel, das können wir dann aber noch klären. Diesmal nehme ich Part 2 mit Leo auf. Leo, willst du anfangen? Nee, du. Okay, ich will gerne auf die YouTuber Insel, weil das mein größter Traum war und ich mache das jetzt schon, glaube ich, fast 3 Jahre. Ja, ich glaube, fast 3 Jahre. Das ist ja insane. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon 550 Abonnenten. 551. Ja, 551. Ähm, was ich gut kann, ich kann gut Küsse PvP spielen. Ich kenne mich sehr viel mit Redstone aus. Ich kann sehr viel mit Farben bauen. Also alles, was mit Farben zu tun hat oder mit Redstone, da kenne ich mich gut aus. Okay, Leo, was kannst du machen? Warum leistest du drauf? Okay, Leo, was kannst du machen? Warum leistest du drauf? Okay, Leo, was kannst du machen? Warum leistest du drauf? Also ich spiele... Ich spiele gerne Minecraft. Also ja, und ich bin sehr gut im PvP, Crystal PvP. Und bin sehr gut im Bauen, muss ich zugeben von meinerseits. Und... Ähm, ich habe jetzt einfach... Einfach mal so... Was wolltest du sagen, Leo? Du hast mich wohl getroffen? Ich habe ihn einfach mal so im Stream getroffen und dann habe ich gedacht, vielleicht wird das was mit der YouTube-Insel. Es wird er raufkommen. Und dann, seitdem spiele ich eigentlich nur noch mit Justus. Und das war mein Kindheitstraum, so auf die YouTube-Insel zu kommen. Und so... Ja, und ich bin sehr gut im Songs machen. Eine Sache noch, Leute. Ich und Leo kennen uns, also wirklich sieben Monate und wir hatten gefühlt nie, also wirklich nie einen Streit. Also das ist doch gut. Streit und ist ja eben so gut auf der YouTube-Insel, oder, Leo? Ja. Okay, kommst du dann her? Leute, ich würde sagen, dass wir jetzt mit der Inselbewerbung im Part 2 gewesen sind. Den Song spielen wir gleich nochmal ab. Ich hoffe, euch gefällt er und ich hoffe, ähm, wir werden angenommen. Wir sind Leo, Justus, Julian. Wir kennen jeden YouTuber hier. Su, Lukas, Tridan, klar, auch Chaos, Flow und Armeer. Alle Clans sollen sich vertagen, das ist hier. Wie die Schattenkrieger, Crystalkrieger und Höllenkrieger. Egal welcher Clan, wir sind alle Sieger. Wir mögen alle YouTuber hier. Sie sind alle so cool, sie sind alle hier. Mit den Videos machen sie uns froh, wir schauen sie jeden Tag, das ist so. Die Abos steigen, die Likes gehen ab. Der Fame ist real, das ist unser Start. In der YouTuber-Insel sind wir zu Haus. Die Community, die ist einfach krass. Die YouTuber-Insel, wir sind hier zu Haus. Wir rocken das Spiel, das ist unsere Show. Egal welcher Clan, wir feiern zusammen. Die YouTuber-Insel, wir sind niemals statt. Ciao! Ciao! Ciao!